Das ist ein Podcast, ich weiß nicht, wie viel. 54. 54? Warte, warte, warte. Scheiße, wir machen das jetzt wie bei MTV mit dieser Moving Can die ganze Zeit. Du musst doch... Ja, es geht ab. Wir sind hier in Hanau, am Vieh-Theater. Guck dir das an. Warte. Guck mal, mach doch keine Sachen, die eben herausgeschnitten werden. Ja, ich habe meinen Dieb entdeckt, der das Essen von uns klaut. Das ist ein Landschreifstück. So, jetzt geh ich zum Besten. Ich gehe jetzt mal an die Bühne. Ganz kurz, was ist das? Das war im Essen drin. Ja, das haben wir im Essen drin. So, zeig es mal richtig. Komm, zeig es mal richtig. Ich habe gegessen vorhin, dann war auf dem Ganter sein Teller das. Das ist super krass, das kann man ja nicht machen. Hier ist ein Spiegel, in dem werde ich mich vorhin betrachten. So, das ist die Tastentunte. Nein. Das ist hier der... Trommler. Sticky. Sticky. Genau, ich bin... Man, je... Ziggy. Seite. 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 Das ist Thorsten. Ja. Er macht den Sound. Ja. Moment. Immer wenn ich Scheiße baue, also ich böse zu ihm bin, dann hört man mich nicht auf der Bühne. Und das ist dein schwuler Freund. Er macht den Sound. Die anderen Jungen machen überhaupt nichts. Das wäre nichts ohne ihn. Und er hat diese Gitarre wunderbar geputzt und ich mache jetzt einen Fingerpick drauf. Das sind gute Männer. Das war echt klar. So, jetzt haben wir Einlassung. Das ist wunderbar am Feetal, ja. Das ist das wunderbare am Feetal, ja. Da drinnen sind übrigens die Fans. Chris! Der Dangerous da. Ein paar Winken. Ein paar Winken. Ein paar Winken. Ein paar Winken. So, gleich zur Tür. Da kommt der Jens. Das ist der Jens. Der ist ein bisschen komisch. Der ist ein bisschen schlecht gelaunt. Ist er schlecht gelaunt? Selbst die Pizza für jemanden fragt. Jetzt muss jemand den Dave aufbauen. Seht der Stock! Wer? Der Dave. Willst du ihn übernehmen? Ja, vom Heroin. Okay. Kurz. Guckt euch ihn da hinten an. Right now. Genau. Das war Englisch vom Jan. Das war Englisch vom Jan. Vielen Dank an Trimity. Vielen, vielen Dank für das geile Geschenk. Wir werden es bei uns ins Studio hängen. Obergeil. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Okay, Steven. Machen wir weiter oder schreib es? Ich schreibe kurz. Ich schreibe kurz. Steve schreibt kurz. So wie ungefähr 53 Mal weiter an Podest. Komm, wir gehen mal auf mein... Kommt mit auf mein Schloss. Empor. Auf meine Empor-Runde. Kannst du vielleicht von unten filmen kurz? Okay. So untertan quasi. Okay, da steht er und schreibt was? SMS. Genau. Hier sind die Massen. Einmal kurz ein Schlenker. Genau. So, komm mal hoch. Ich komme. Ich komme. Ich komme empor. Rambel heißt übrigens König. Rambel heißt König. Komm hoch. Ja, das ist auf jeden Fall mein... Reich. Mein eigenes König. Reich. Mein eigenes König. Reich. Wir sind jetzt schon. Warte schön. Ja, einfach für das Video. Oh mein, ich sehe 12 Jahre. Unser Video. In Vietnam. Ja, und 12 Jahre beim Streitzimmer. Oh, ich sehe gerade. Larry ist auch da. Ist doch fast auf der Hand gefallen, die Kamera. Ist doch fast auf der Hand gefallen. Jetzt erzähl mal einfach mal. So, der muss erstmal los sein. Film. Ja. Für den nächsten. Für den nächsten Film. Für was? Also an der Cover-mäßig. Ganz ruhig. So. Filmen Sie kurz. Hey. Hey. Hi. Einmal ganz lieb lächeln für die Kamera. Super. Bestritt für den Podcast. Das könntest du fast sogar recht haben, ja. Ich such den Steve. Habt ihr den gesehen? Ja. Nee. Schade. Schon länger nicht mehr. Na gut. Also ruhig mal weiter. Bis später. So. Ja. Das war ja witzig. Irgendwas klingt schon wieder, oder? Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall kurz vor dem Auftritt in Hanau. Genau. So, jetzt müssen wir aber die Kamera ausmachen, weil der Akku bald leer ist. Ja. Und wir müssen ja noch irgendwie einen Auftritt fällen. Tschüss. 10 Minuten oben an der Wurzeitsstelle. Ja. Ja. Der hat so ein kleines Auto. DJ Legende. DJ Kupi Ho. Unter diesem Namen hat man mich gebucht. Ja. DJ Kupi Ho. Und ja, meine ersten Platten habe ich beim Fresh Beats gekauft. Ja, klar. So sieht's aus. Ja. Wie, 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 wie sie, wie sie... Das erste Mal gekürzt auch im Fresh Beats. Ja. Auf jeden Fall. Aber nicht mich. Aber nicht mich. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Auf jeden Fall. reformiert euch beim Musik 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.